ja und damit ein großes hallo und herzlich willkommen meine lieben zocker freunde zu einer weiteren folge red dead redemption 2 und heute geht es um die mission mit john vergießen teil 4 john hatte ich gebeten dich mit ihm und charles für den zugüberfall beim ölwagen zu treffen dann würde ich sagen dort greiten wir hin und ja mal gucken was uns da so erwartet so da vorne ist es auch schon gehen wir mal hin da ist er schon noch ein paar schießübungen auf diese nicht ihre jobbe hab schon aufbarket ihr jobs starten die fakes rein winning im ich glaube einfach ich habe in geh報 und zwar was태us key Anglisch man you've got no time for me or you trying to find Jane walk within you're all cotton jobs rootsner folks and your boy child doesn't get a look in yes I don't want to get shot that's all you're a real Das ist eine lustige Scheiße, Arthur Morgan, richtig lustig. Hör dich. Du besser schlapp mit deinen Augen öffnen. Ja, aber du schlapp mit deinem Kopf öffnen, wenn du dich nicht bemerkst. Ich liebe dich, Arthur Morgan. Ich liebe dich. Komm schon, mach einen Schuss. Komm schon, mach deinen Schuss, bitte. Grohe. Ich lasse ihn auf die Räde, Mädchen. Räde? Hör dich nicht mit mir zu spielen, Junge. Es ist unbekommen. Das blöde train, du und ihn haben sich gelegt. Was du hier machst, du brauchst du, du brauchst du, du brauchst du. Oh, das. Also, Marston sagte dir, es ist kein großer Show. Ich brauche Ruhe. Wenn ich dich nicht, dann könnte ich mich wiederholen. Ich vergleiche mich mit dem Eiligen, du bist ein Mann. Fair enough. Anyway, Arthur, was ist dein Problem mit mir? In fact, nicht mir. Ich weiß bereits, du bist mit mir verletzt. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Das Intimidiert dich. Es ist eine Geschichte wie alt als die Hinschreise. Die Veränderung, die Veränderung, die Veränderung, die Leidung, du bist du, Mann. Okay. Aber wo bist du? In der Zukunft, in all its glory. Ja, gut, gut. Gut, gut und schütze. Ich will noch ein bisschen Rest bevor ich mich für. Ich will noch mal. Ich will noch mal ein Nikaschen machen. Und ich bin bereit. Gentlemen! Let's go earn some money. No, you know. Up geht's. All the horses untethered? I think so. Good. They should follow on behind us. You find a good spot, Wolfman? Yeah. Follow the trail southwest. There's a spot that's remote, but she'd still give them enough time to spot the oil wagon. They see this block in the tracks, they'll stop soon enough. Slow down. Apparently, picks up a new team of guards at the state line, so it shouldn't be too much of the way of guns to deal with. See? This is what I mean. I disappear for a couple of weeks, and you cut me out of all the action. Just the action that requires a brain. You're a funny fella, John Marsden. They're my folks, eh? You had your feet up the whole time, playing sick, and fondling that new scar, like you're gonna buy a breakfast in the morning. They're left here, towards roads. You don't know what you're talking about. Stay close on this. Wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something. That could put you out of commission for the rest of the year. Why do you have to speak so much? It's... obsessing. Plus, I've still got some blood in me veins. You old bastards have forgotten how to live. I blame you two for rescuing them. Far too much trouble for what we got out of it. Yeah. Takes a whole army of bounty hunters to bring in Sean McGuire. And look at me now. In the Gunner Sea. Back in business, boys. You know, my dad always used to say... No, please. No, please. No, please. Fine. Damn you, three. Sulky, angry, scarface. A right barrel of laughs. So, we've locked the tracks with the wagon then jumping. That's the plan. Pretty much. Charles, you deal with the engineer. John, secure the passenger car fast. Take charitable donations and make sure everyone behaves. Little Mr. Baboir. You focus on the baggage car. Grab any variables you can find. Here's good. Stop the wagon over the tracks. Oh, now I'm a bit too fast. We handle this right. Nobody needs to die here. Yeah, yeah. Let's get it on the tracks. Whoa, whoa. Alright. Mr. Morse. Mr. Smith. Mr. McGuire. Ha! Get over there. When she slows. Order. And you? I'll make sure she slows. Let's do a day with you. Haha, I like it. Get moving. Here she comes. nem Sorry. Oh. 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 Possibly. Okay, ich fahr da jetzt schon wieder, glaube ich, ein bisschen zu voreilig. Okay, ich fahr da jetzt. Stay calm and nobody will get shot! Don't do anything! Go! Everything you got! Money! Valuable! Come on! This is unnecessary! There you go. Let's make this quick, people! Come on! We ain't leaving until this bag's full! I don't want to get hurt. I'll do anything! I ain't got nothing. We'll have a little chat with Romeo and Juliet here. What's the problem here? Don't help me! Money! Hey! Don't do this! Just give it to him, Thomas, please! Okay! Come on! In the bag! Everything you got! Keep it coming! Don't be shy! People like you make me sick! These two seem to think we're playing games! I'm gonna count to three. One. Goddammit! Sick is better than that, lady. And I'm losing my goddamn patience. Let's just do what he says so this can be... Ladies and gentlemen, this is a robbery! Let's make this quick! You go ahead and look for the baggage car! Great job! Tough guy, huh? You sure about that? Why are you wasting our time, huh? Will you show this son of a bitch we ain't playing around here? This is unnecessary! Don't molest me, please! Please! Everything you got! Money! Valuable! We ain't leaving until this bag's full! You won't get a damn cent from me! Let me hand you all your money, my friend! You got a big problem! Don't be an idiot! Ah, jetzt hab ich einen Minuspunkt! Egal! Come on, cup it up, people! Don't be shy! Everything you got! Let's go! Egal, ich mach's! We brauchen das Geld! Oh, das hat sich ja nicht gelohnt! Okay! None of you folks move a muscle! You hear me? Pay me, what you got, mister! You won't get hurt! Oh, gut, ich geh mal zu Sean! Fill the baggage car! For Christ's sake! You ain't even taken a look yet! For fuck's sake! 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 Sorry! Get up, you little Irish shit! Get up! Ah! 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 Need some help here, boy! Need some help here, boy! Ah! Ah! This time I'll look and you provide the cover! I'll try my best, brother, boy! That gives you twice the chance of hitting someone! Hahaha! Very funny! Ah! Ah! I'm gonna have a right a lump on my head! At least you ain't got a hole in it! Are those tennis rackets in there! Posh bastards! Just keep your eyes peeled! I'm doing me best, all right! Oh no! That's what's worrying me! Oh, hier ist ja viel drin, ne? Okay. Arthur, wir haben ein Problem. Es sind zwei Arschhäuser auf den Hosen. Oh. Wie viele, du sagst? Ich sehe nur ein paar von ihnen. In diesem Fall, wir kämpfen. Arshton, Schmiff, komm rein! Ihr Männer kommen jetzt aus dem Trenn, hörst du das? Wir sagten, ihr Männer kommen jetzt! Es sind nur zwei von dir, ihr Folle! Wir haben ein ganzes Menge mehr zu verlieren. Warum nicht die zwei von dir sofort? Ich weiß nicht, ihr werdet getötetet. Verdammt, Lieberie. Eh, es gibt ein paar mehr, und ich schüttere mich? Ich habe meine große Hose. Okay, wir gehen mit ihnen. Letzter Kampfer! So geht es auf der Seite! Die Flände! Wir sehen uns auf den Trenn, du siehst? Ah, Mann! Oh, jetzt noch von der anderen Seite. Oh, jetzt gehen wir mit mir. so wohin gut wir gereiten hier den weg lang dann muss ich mal gucken wie ich wieder das umstelle mit dem zielfernrohr das war jetzt nicht meine absicht wir müssen mal raus sein ja das ist easy peasy mal sehen nein ich dachte da kommen keine aber gut wir haben es geschafft das war das war wir können sie wie sie die professionelle die schluss leise ich habe es muss 100 sehr du hast was wir brauchen eine wirklich genug das ist das war ich weiß nicht ich glaube ich bin das und viele fahrer das die auf onden das solcher so nation es gut Ich hoffe es hat euch gefallen, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns mit der nächsten Folge oder mit dem nächsten Livestream wieder. Also Leute, bis dahin und ciao, ciao.